So, na dann. Ähm, heute in der Aufnahme werden wir einfach mal ein Hextech-Opening machen. Ich habe jetzt aktuell drei Schlüssel zur Verfügung. Ähm, zwei Champions-Splitter. Ein Heimerdinger-Champions-Chart im Besitz. Genau, und hätte hier noch zwei Key-Fragmente. Ja, schauen wir einfach mal, was in der ersten Kiste drin ist. Und es ist... Angesehene LeBron. Ja, ja, ich würde sagen, das ist ein Promi-Skin. Ja, wahrscheinlich. So, dann schauen wir weiter. Hextech-Jana. Wow. Okay. Ob der jetzt so cool ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den letzten Schlüssel öffnen, ähm, probieren wir es mit einem Champions-Chart. Ah, lau. Ja gut, das Spiel scheint zu wissen, welchen Champion ich so maine. Naja, schauen wir mal weiter. Und in dieser Kiste haben wir einen Karma-Champions-Splitter. Ja. Karma ist eigentlich ganz cool. Also, ich mag, ähm, tatsächlich Karma ganz gern. Ähm, gerade so auf Tank gespielt. Achso. Ähm, finde ich es doch ganz cool. Dann öffnen wir doch noch die letzten Champions-Splitter. Annie. Und 110 Blau-Essenzen. Jo. Das ist ja gar nicht mal so eine schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Da ich LeBlanc nicht spiele... Ich weiß nicht, eine Janna-Skin habe ich allerdings schon. Das würde auch nichts bringen, wenn ich die jetzt entzaubern, den Janna-Skin aktiviere. Nee, belassen wir dabei. Gut, dann würde ich sagen, ähm, Re-Wollen wir noch den Heimat-Ding. Den haben wir schon. Ebenso die Annie. Und Alawi ist also ohnehin mein Main-Champ. Soweit es mir tut, Re-Wollen wir. Und wir bekommen... Ja, was... Was soll man dazu jetzt noch großartig sagen? Anscheinend möchte mir das Game sagen, ich sollte LeBlanc spielen. Gut, dann wäre ich wahrscheinlich nichts. In der nächsten Aufnahme, first time LeBlanc, auspacken. Wow. Na gut, vielleicht haben wir erst nächstes Mal mehr Glück. Ich meine, LeBlanc ist kein schlechter Champion, aber... Ja gut, ist jetzt auch nicht so der Beste, ne? So. Naja, dann... Geben wir hier direkt noch ein Skin dazu. Sehr schön. Und da hat sich das eigentlich schon belohnt, würde ich denken. Können wir... Zaubern in Essenzen? Wir machen das einfach, ne? Ja, das reicht leider nicht ganz. Naja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Alles klar? Ja, ansonsten wäre ich soweit zufrieden. Hab ne LeBlanc mit Skin. Gut. Dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.